hallo liebe zuschauer ja hallo ich habe heute sechsten geburtstag und ich bin ein bisschen planlos ich habe ich mache jetzt ich mache jetzt hier ein unvorbereitetes video und also ich bin heute zu halloween geboren sechs jahre bin ich heute alt geworden jawohl und ich wiege 700 gramm und ja also wo war ich stehen geblieben ja mensch das funktioniert ja heute überhaupt gar nicht hier ihr könnt mir jetzt jedenfalls alle in den kommentaren zum geburtstag gratulieren also bis dann und tschüss bis zum nächsten video bis zum nächsten video